Hallo Leute, voriges Mal sind wir einer Lichtgestalt geflohen und jetzt sind wir da bereits im letzten Video schon ein paar Minuten durch eine Treppe hinaufgelaufen, aber jetzt scheiße drauf. Jetzt gehe ich da ein bisschen zurück. Jetzt gehe ich da zurück, für ein Interesse. Es wäre ja nicht silatil. Da denke ich mir ja. Es wäre ja nicht Resident Evil und auch nicht silatil. Äh, scheiße. Was ist jetzt? Äh, also hier ist das jetzt gerade wirklich passiert? Erfolg freigeschalten, hier kocht es aber. Alter Fuchs. Das war die ganze Drecksarbeit. Alter Fuchs, das schaut auch schon ein bisschen erledigt aus. Also das Spiel hat es wirklich in sich. Fuck, Alter, jetzt haben wir noch eine Bartpfanne, aber was soll es besser als nix? Alter Fuchs. So, jetzt muss ich mir mal kurz schauen, wo wir da überhaupt sind, oder am Arsch der Welt wahrscheinlich. Da sind wir in der Küche. Aha, da drüben war das Diener. Alter, was wird das jetzt wirklich gewesen, da vor allem. Alter, im letzten Video sind wir einer Lichtgestalt geflüchtet. Da sind wir irgendwo, irgendwo gewesen. Und wie ich es ja gesagt habe, und dieser Zwölfjähriger spielt, der scheißt sich an. Der scheißt sich richtig an. Na gut, das ist das Erdgeschoss. Das ist das Erdgeschoss. Das ist das Erdgeschoss. Das war der Keller. Das war der Keller. Das war der erste Stock. Und das waren die Hütten. Aber jetzt, das sind die Hütten. Ja, das sind irgendwo dort aus im Freigelände. Warum ist da das B, D, B, D? Das X. Das ist das T, das sind wir T durchgestrichen. Das ist aber auch schon merkwürdig. Übernachtung mit Frühstück. Naja, immerhin was. Was steht da neben ein Trinkgeld? Hier kein Trinkgeld. Also, das war das erste Restaurant, was kein Trinkgeld genommen hat. Das schaut schon sehr erledigt aus. Ja, das schaut schon sehr erledigt aus. Ich verstehe manche Kritiken nicht von dem Spiel. Ach, Scheiße. Was ist da bloß, wenn ich da jetzt öffne? Speichern. Speichern. Schließen. Ey, wurscht. Aha, da können wir... Was ist jetzt, wenn ich da jetzt öffne? Ah, Scheiße. Äh, Scheiße. Was war da eigentlich jetzt? Was heißt da neben? Wenn wir benutzen. Ah, das dürfte der WC gewesen sein. Aha. Das dürfte der WC gewesen sein. Einmal. Scheiße, Alter. Was war das vorher? Da ist es immer nicht mehr offen. Wir können da jetzt irgendwie in den Raum, da. In diesen Raum, da. Ha. Eigentlich ein Wahnsinn, das Spiel. Eigentlich ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt noch lebt. Dass er überhaupt lebt, ist überhaupt der Wahnsinn. Was mich jetzt wieder erwartet. Aufhören ins Essl. Ach, Scheiße. Was ist das? Da kann man da auch rein. Dass da eigentlich niemand ist. Das wundert mich eigentlich. Dass wir da komplett alleine sind. Das wundert mich da ein bisschen. Das wundert mich wirklich, da in dem Spiel. Ja, bis auf einen mysteriösen Boss-Button in den vergangenen Videos. Boah, das war es dann eigentlich schon. Was soll ich da jetzt aufkommen? Eigentlich am Essen. Na ja, besser als wie nix. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. öffnen da dürfte es in den Keller gehen mit 15 Inmaidern und 2 COs Officer, verabschiedetze und Fahrer nicht auf die Radio mögliche T.C. Sie wissen, dass wir geflohen sind Da hätte ich die Frage, wie lange wir da Zeit haben Das ist ja gleich ein Wahnsinn Wahnsinn Was ist das jetzt? Das dürfte ich irgendwie aufgeschrieben haben Okay Das ist immer der Keller Da hätte ich jetzt hier Wollte ich auch noch vergessen zum abschalten Der Sound Boah, das ist schon ein bisschen mystisch Das Ganze Was aufheben Was ist das für das Messer? Ich gehe deswegen jetzt so langsam ein bisschen, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht Was uns da ja erwarten könnte, weil Der Sögel niemand is' Keine Menschenseele Das ist außergewöhnlich Für Selle Till, weil Normalerweise passiert ja irgendwas. Doch, aber... ...da passiert nix. Und das... ...ist mir a bissl... ...komisch. Ja, da sieht ein Wege nach draußen aus, aber wir... ...untersuchen. Der Schalter ist gebuts scheisse. Ein bisschen schneller laufen geht mir jetzt hier. Na ja, kommen wir wieder raus, wurscht. Sprechen. Ah, von wo sind wir gut gekommen? Doch, aber... ...und... 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 Das ist ein richtiges Lamparito. Okay, Plan. Plan, Plan, Plan. Plan, Plan. Küche da rein. Wo bin ich denn eigentlich gekommen? Schätze, was war das auch nicht mehr. Wo sind wir denn gekommen? Schätze. Das war ein Umschlüssel. Wie ist es aber so lang? Sauer, Alter. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Köpfen, oder? Sprechen. Ja, das ist Sprechen. Aufhören. Das war ein junger Punkt gekommen. Schau mal. Schau mal da mal da drauf. Aha, da ist er noch gekommen. Also das ist wirklich irgendwie sehr misterisch, das ganze. Unheimlich. Keine Menschenseele. Keine Sau. Kann ich mal sagen. Was war das jetzt? Ah ja, wof. Das ist die Küche. Das war ein Tür. Das dürfte irgendwie ein Zimmer gewesen sein. Das dürfte irgendwie ein Zimmer gewesen sein. Das dürfte, äh, das WC-Helper. Ich bin da aber doch schon da aus. Ja. Warum gibt es jetzt so viel? Ich würde es auch wissen. Aber egal. Ich bin da nicht selatil. Annen. Musik. Ah, der kann mal, der kann. Ich bin da. Ja, es ist ein bisschen ein sehr, sehr, sehr mäßiges Spiel, jetzt verstehe auch ein bisschen die Kritiken. Bei manches Mal, da kommst du überhaupt nicht weiter, du bist nämlich bei der Küche, Büro, aha, das sind das, aber die sind die, die Zimmer, die Teile. Ja, okay. Jetzt sind einfach da. Okay, da können wir mal rausgehen. Was sagt das, der Lautplan? Da oben waren da die Zimmer. Da war das Büro. Da war dann faktischer. Die Türe müssen mich noch rausgehen. Okay, das ist logisch. Wenn ich jetzt die Treppe hier hinaufgegeben bin, über die Zimmer, was heißt das da der Fuhren? Das mergwürdige Zeichen eigentlich. Das komische M oder Wellenlehne, was das ist. Oh, Gott sei, das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Ah, das ist wirklich nicht. Das ist egal. Ah, das ist ja. Das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja öffnet. Ich weiß ja, es ist ja öffnet mal. Oh, das ist ja öffnet mal. Oh, die Tür geht nicht auf, oder? Die Türe geht nicht auf. Die Türe geht glaube ich nicht auf. Ja, das war Nummer D. Äh, wird laut blauen. Laut blauen. Was ist da wirklich da ernsthaft? Das heißt wahrscheinlich, ja genau. Du kannst nicht weiter. Das ist super, wir kommen wieder zu da. Das ist wieder oben da, oder? Wir sind da in diesem Haus gefangen. Wir sind irgendwie da gefangen. Wir sind irgendwie da gefangen. Da bin ich jetzt im Büro. Wir sind hier im Büro. Das ist natürlich im Büro. Da geh ich hier, aber das bringt uns nicht viel. Aber da nicht weiterkommen. Weil wir da nicht weiterkommen. Aufschließen. Oder mit was? Mit was sollen wir das aufschließen, Leute? Wir sind da. Gut, da sagt man das. Das ist nochmal irgendwo. Okay. Okay. Wer wird sich heute kurz nicht interessieren. Na, wie wird sich? Wie? Wenn da öffnet, hast du. Wer könnte ich? Ja, das ist Salet Hill, Dampur. Irgendwo steht es da. Irgendwas habe ich da jetzt vergessen oder irgendwo bin ich. So falsch gegangen, das ist jetzt der Köln wahrscheinlich. Ja, das haben wir gedacht. Ja genau, muss da der Weg nicht rausgehen. Ja genau. Was ist das? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, wir sind da in einem Haus, in einem Haus eingesperrt. Wir sind da in einem Haus eingesperrt. Wir sind da in einem Haus eingesperrt. Und wissen nicht weiter. Was könnten wir da machen? Die Schalttafel ist da. Ein Arsch. Da hieß es das, Inventar öffnen. Ist es. Hm. Deswegen sind die Auge gut getuscht. Jetzt haben wir 200. Viele füllen Füße in Automaten. Leute, ich stehe mal wieder an. Das heißt, ich beende jetzt einmal. Ciao, ciao.